Allergisch. Allergisch ist ein Adjektiv zum Substantiv Allergie. Allergisch kann heißen, dass man an einer Allergie leidet. Man kann zum Beispiel allergisch gegen Katzenhaare sein und man kann eine allergische Reaktion zeigen, wenn man von einer Biene gestochen wird. Allergisch kann auch heißen, etwas, was durch Allergie hervorgerufen wird. So spricht man von einem allergischen Schnupfen oder auch einem allergischen Hautausschlag. Im übertragenen Sinn bedeutet allergisch auch, dass man etwas stärker auf eine Situation reagiert, als eigentlich angepasst. Also man kann etwas nicht mögen, man kann etwas verabscheuen und kann dann überreagieren. Zum Beispiel kann jemand auf Faulheit allergisch reagieren oder man kann auch gegen bestimmte Witze allergisch reagieren.